Ich rufe Ihnen für diese rote Ecke vom Kampfsportchen aus Koblenz, Igor Krimentschi in den Wolfsberg. Ich rufe Ihnen für diese rote Ecke vom Kampfsportchen aus Koblenz. Und wir kommen zu seinem Konferent von ITK-Bittich, ich rufe Ihnen den Ring, Robert Lau! Ich rufe Ihnen die Rote Ecke vom Kampfsportchen aus Koblenz, Igor Krimentschi in den Wolfsberg. Ich rufe Ihnen die Rote Ecke von ITK-Bittich, Robert Lau! Und noch einmal, Applaus für unser Holgerin, Jerry! Robert! 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 Link 2, Rote 1, Rote Ecke. Robert! Robert! Gold! Dankeschön! Applaus Bevor ich das Urteil stecke, bitte ich Sie einmal, nach dem Urteil, einmal noch sitzen zu bleiben, weil noch keine Leute ganz irgendwas loswerden wollen. Aber wir kommen erst zum Urteil. Erstmal großen Applaus für meine Dämpfer für diesen unbiose Dämpfer. Applaus Ununterbroker, Sieger durch Aro nach 22 Sekunden in der ersten Runde. Auf einmal die Dämpfer! Applaus